Im Jahr 2009 wurde sie gegründet, die Werkmeisterschule des BFI Niederösterreich. 213 Absolventen haben diese bisher erfolgreich abgeschlossen und zwar mit 100% Prüfungserfolg. Nun wurden wieder Diplome übergeben. Das sind die neuen Werkmeister in den Bereichen Elektrotechnik und Maschinenbau. In insgesamt vier Semestern haben sie berufsbegleitend die Ausbildung in der Werkmeisterschule im BFI Niederösterreich absolviert. Und zwar in 1200 Unterrichtseinheiten zu je 45 Minuten, wobei nicht nur auf Praxis besonders großen Wert gelegt wurde, sondern auch das Erlangen von Führungs- und wirtschaftlichen sowie organisatorischen Kompetenzen. Der Lohn für ihre Mühe, nun dürfen sie offiziell ihr Diplom in Händen halten. Die Prüfungsergebnisse können sich wahrlich sehen lassen. Nicht genug, dass die Prüfungserfolgsquote, wie in all den Jahren davor, bei 100% lag, haben 27 der 32 Teilnehmer mit Auszeichnung bestanden, einer mit guten Erfolg. Seit der Gründung im Jahr 2009 wurden die Diplome der Werkmeisterschule an insgesamt 213 Absolventen überreicht. Die nächsten Lehrgänge starten übrigens am 6. September. Wer sich für die Ausbildung interessiert, kann sich kostenlos am 29. August bei der Infoveranstaltung informieren. Und zwar im Josef-Hieson-Ausbildungszentrum in der Molkereistrasse 13 in Wiener Neustadt, dort wo später auch die Ausbildung stattfinden wird. Beginn ist um 18 Uhr. Nähere Informationen gibt es auch im Internet unter www.bfinoe.at